Lange war es ja recht still um die Altkanzlerin. Sie schrieb an ihrer Biografie und sonst, wenig Termine, keine neuen Aufgaben. Aber trotzdem wurden ihre Wünsche für ihre Rente nicht wahr. Reisen mit ihrem Mann, Zeit für Zweisamkeit. Denn der Professor will es nicht ruhiger angehen lassen. Statt sich um seine Frau zu kümmern, verlängert er sogar seine Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Statt mit seiner Frau reist mit seiner jungen, italienischen Kollegin Laura Galliardi durch die Weltgeschichte und schwärmt. Ich hatte eine fruchtbare Zusammenarbeit mit ihr. Kein Wunder, dass Angela Merkel nun ihr Leben wieder in die eigenen Hände nimmt und eigene, spannende Pläne schmiedet. Ohne ihren Ehemann, Anfang Juni will sie gemeinsam mit dem linken Urgestein Gregor Gysi, dessen neues Buch Ich, der Oberossi im Berliner Pfefferberg-Theater vorstellen. Es folgt ein Impulsvortrag zu Marktwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit vor der SPD-Fraktion im Bundestag. Eher privaten Charakter soll ein lockerer Gedankenaustausch Merkels mit Sarah Wagenknecht am Rande eines BSW-Parteitags Anfang Juli haben. Und Ende Juli geht es dann auf ein Kreuzfahrtschiff. All das wird Angela Merkel ohne ihren Ehemann machen. Denn der hat ja keine Zeit dafür, sein Terminkalender quillt auch über. Aber anders als früher stört sie das nicht mehr. Ein erfülltes Leben, spannende Aufgaben, Reisen, all das kann sie ja auch allein.